Wie schmeckt dein Donut? In Deutschland sind die Geiger. Was? Wir gehen jetzt zu T-Mobile, weil ich hoffe... Was ist er denn, Digga? Wir gehen jetzt fragen nach Prepack-Karten für IAS-Streams. Ich hoffe, dass wir irgendwas bekommen. Ich will am Timescreen IAS-Stream machen. So, Karten haben wir, aber es war sogar günstig. Ich habe es noch nie gesehen. Ich habe auch noch nie gesehen. Nein, hier gibt es ein bisschen Vita-Wade. Es ist ein Getränkobalte Markt, kauft es euch alle. Ja, ja, checkt's auf, Leute. Sydney, wo sind wir hier? Da, Columbus. Diese Gebäude sind so hoch. Da ist der Eingang vom Central Park. So, wir sind hier jetzt bei... Chipoto. Was hast du drin? Chicken Bowl mit... Ich glaube, wir haben genau dasselbe. Weiß ich nicht. Mal gucken. Aber es sieht gar nicht so schlecht aus. Ich schwör es euch. Timescreen ist so cool. Top 5 Stuttgart. Mein kennt ihn. Yo, Sydney. Grundführer. Wo sind wir hier? Das heißt, der Iceborne. Wo sind du? Wir sind beim Rockefeller Center. Rockefeller Center? Ich weiß nicht, wo die Welt wird. Oh, das sieht das krass aus. Junge, wie groß! Hilfe! Ich fühle mich wie der größte Tourist der Welt. Das ist crazy, ey. Das ist echt crazy. Was hast du denn da geholt? Ha, wie bindig! So, Kenner, deine größten Feinde? Ja. Also, wenn da nicht morgen Graffiti dran ist, mit Kenner drauf, weiß ich auch nicht. Aber warum ist das durchsichtig? Das sieht cool aus, ja. Das sieht echt cool aus. Besser als bei Samsung? Oder sagst du, Samsung besser? Nee, je nachdem. Ich sag dir ehrlich, es gibt Verrückte. Ich war letztes Jahr, war ich in dem Samsung Museum. Samsung Museum war er, Sydney. Also, Samsung is the experience world. Wir sind hier bei Popeye. Wie heißt dieser Burger? Sandwich Burger. Chicken Burger. Spicy Chicken Sandwich Burger, genau. Ja. Die Medics sind unterwegs. Die ist crazy. Wir sind da. Nets gegen Grizzlies. Arden wird heute ein Meisterspiel. Ein, 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 wirklich, ein Spiel abgeben. Mit 26 Punkten, das wird richtig geil. Nee. Ab 27 Punkten hat Rott gewonnen, by the way. Ich sag dir, so wie es ist, der macht über 30. Wo sind wir hier bitte? Wo sind wir, Hilfe? Hier kann man anscheinend essen oder sowas. Ich hab keine Ahnung. Und hier ist die Halle. Absoluter Fail. Also wirklich absoluter Fail. Wir haben uns so gefreut, dass wir da unten durch können. Wir zeigen denen unsere Tickets. Wir müssen jetzt einen Stockberg hoch, weil es doch nicht unsere Tickets waren. Cool. Wir 델 oder wir fahren frei. Der macht mich heute 500€ reicher. Der Mann macht mich heute reicher, ich merke es, da ist der Mann, da ist der Mann, da ist er, er kommt rein, er und Harden machen mich heute reich, ich bin so hyped, was ist das? Komm rein, der Fies! Und jetzt, auf dem Platz, dein Reflam-Netz! Ness! Das ist so die Stelle, wo im 2K ein Controller vibriert. Hier sind die ersten von den 30 Punkten, die wir haben jetzt gemacht. Der Mann macht mich heute reißen. Mach ihn! Bester Mann! Bester Mann! Merkst du langsam, wir waren mal, oder? Super! 7 Punkten! Oder 8 Punkten! Richtig! Der erste Quarter beendet! Das wäre Ikenna seine Show gewesen. Das wäre Ikenna's Show gewesen. Der Junge wurde gefragt, am Anfang vom Spiel, von so einem Security-Typen, ob er das machen will. Bei der Halbzeit, wie es Tick-Tack-Tor spielen. Er hat gesagt, vielleicht wird mein Kollege das machen. Und dann hat er gesagt, er meldet sich in 15 Minuten wieder und ist nicht wiedergekommen. Das wäre eigentlich Ikenna seine Show gewesen. 6 Minuten. 7 Uhr 14. So, wir sind hier wieder in dieser Lounge. Ich hab keine Ahnung. Ich hab nen Burger, man. Ich hab nen Cheeseburger, man. Sieht gar nicht so kacke aus. Für die Cola haben wir, das sind 20 bezahlt. 60 Dollar für 3 Stück. Und haben das noch von Free bekommen. Die Cola für ihn. Also der Burger hat wohl losgeschmeckt. Ja, Moin, Game. Hä? Game geht weiter. Faden immer noch 15 Punkte. Da ist er. Ja. Mach mich stolz, James. Mach mich stolz. Mach mich stolz. Du machst mich stolz. Du machst mich stolz. Du machst mich stolz. Ich glaube, wenn es auf geht. Achso, okay. Es steht 83, 7 und 6. Hauptsache Harden macht seine Punkte. Keine Ahnung, was hier abgeht. Schaut euch das mal an. 94, 71. Das ist wirklich bodenlose Blamage. Morant, ne? Er geht so ab. Schaut ihn euch an. Wie viele Punkte hat er? Er hat 31 Punkte. Hauptsache Harden macht seine 27 Punkte. Da bin ich zufrieden. Und schrecklich. Also was hier mit dem Netz angestellt wird, ist nichts bodenlos. Bitte bitte. Mach ihn doch. Der Mann kommt nochmal zurück. Der Mann kommt nochmal zurück. Am Ende der Jagd werden die Arden gezählt. Ich glaube, der Arden kommt nochmal rein. Ich glaube, der Junge hat 19. Über 21 Punkte, keine Ahnung. Er muss nochmal rein. Ich glaube, ich werde dumm, Digga. Ich glaube, ich werde dumm. Er wird einfach nicht mehr eingewechselt. Er wird einfach nicht mehr eingewechselt. mit dem Fahrzeugdruck. Ich glaube, das ist ein bisschen lang. Wie ist die Handel? Der Mann kommt zurück. Was ist das? Oh Gott, Mann. Der Mann kommt zurück. 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 Er schreit schon, die ganze Zeit kommt von hinten auf. Get away! Get away! Get away! Oh, come on! Er kriegt seinen Bünd! Er kriegt seinen Bünd! Er kriegt seinen Bünd! Er hat seinen Bünd gekonnt! Er hat seinen Bünd gekonnt! Er hat ihn gelogen! I'll take it! I'll take it! I'll take it! I'll take it! Have a great night! Er hat es verloren! Er hat seine Bünd! Ich frage gerade, kennst du diese eine Folge mit diesem Superpfannenwender von Spongebob? Wie heißt der? Der hydrodynamische Pfannenwender mit Steuer- und Backbordaufsatz! Dass er das weiß, ne? Ist wirklich krass! Hat jemand einen hydrodynamischen Pfannenwender mit Steuer- und Backbordaufsatz bestellt? Grundlos! Ich frage gerade! Ich frage gerade! Ich frage gerade! Ich frage gerade! Untertitelung des ZDF für funk, 2017